Regelmäßig Sport zu treiben ist ein elementarer Faktor für eine ausgewogene Work-Life-Balance. Gut, wenn man dann solche Möglichkeiten hat, wie sie das Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten bietet. Die Anlage ist in Österreich eine der größten und modernsten ihrer Art und lässt die Herzen aller Hobby- und Profisportler höher schlagen. Das umfangreiche Sportangebot reicht von diversen Ballsportarten und Turnen über Leichtathletik und Klettern bis hin zu Kraftsport und Eislaufen. Besonders für die Jugend ist das multifunktionelle Sportzentrum ein echtes Paradies, um sich so richtig auszutoben. Man legt hier größten Wert darauf, die nächste Generation in jeder Hinsicht sportlich zu fördern, auszubilden und zu unterstützen. Tun Sie es zahlreichen aktiven Menschen gleich und besuchen Sie das Sportzentrum Niederösterreich. Sie werden von der Vielfalt der Möglichkeiten und der modernen Ausstattung begeistert sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017